Wo ging's denn überhaupt hoch? Eine Waffenladung auf mich machen. Dann können wir uns ja alles Stärke auf den Bogen packen. Ich hab Stärke 4. Ich hab 3 Stärke 3 Bücher. Ich komm hoch. Ey, hier hat sich jemand so intelligent nach unten gebaut. Das war ein echtes Brain. Ich will keinen Namen sagen. Paul. Was macht ihr denn da unten? Komm doch grad hoch. Du musst hier Kohle ab. Was baue ich ab? Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, Kohle, Kohle. Alter, ohne Spaß, ne? Wer hier... ...diesen Baustil hat... Oh Gott. Alter, ey, ihr habt so harte Behinderung. Ihr seid zu dumm, um eine Wendetreppe zu bauen, Alter. Sag's nicht mir. Ich hab uns hier runtergeführt. Ich hab uns diese Scheiße hier erraten. Ja, und ich darf's wieder ausbauen. Ich hab's gehört. Oh! Bei mir, was ist nicht so dumm. Heu. Ich... ...sehe halt einfach gar nix. ja auch könnte ich konnte um den Block platzieren und er ist sogar dunkel das ist ja perfekt und hier sieht man doch Brot ist gleich weiter viel Glück Johnny und ein Zombie ich musste mein Hund essen sammeln eine Perle jawoll Junge dann trinke ich mal kurz einen Eimer Milch Held so schweinende die ich brauche mich dann genau wenn ich weg ist haben wir jetzt zwei ich brauche noch vier Enderperlen äh fünf nein ich hab zwei zwei Speck hab ich jetzt dein Auge aber ist auch gebrauch mal für die Truhe für die Lohnroten Hauptsache ich hab meine Ender-Truhe nicht auch noch Perlen hast du? wiss ich nicht du hast die mir auch mir immer gegeben eigentlich hoffentlich noch ich bin die Ender-Ender-Ender-Ender-Man ist es doch auch hoher er 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 die ich habe schon mal dran gedacht eine Karriere zu machen die als Sänger oder was als Beatbox-Sänger also beides gleichzeitig Technopilot gleichzeitig auch noch es ist schon im Plan noch ich habe das Gefühl dass in der Mesa sehr 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 wenig Lebewesensborn also Kürtel die Hättest du was gesagt ich hab noch drei Brote er soll sich schütteln wo es rindfleisch russweinefleisch hattest du hättest du brauchst h er war der Post reingestopft hat ihr schweiß die einsteck mit dem Bräuch hier unten müssen kann man muss ja nur mein Hund verloren du musst es nur ändern wenn sie so Enderman! Enderman, mach was er mein Enderman macht. Du dich auf einem Nen. Pass auf... Es ist der Enderman. Der Enderman. Ja, das ist... Und das wird Tag. Ey! Ob ich die Sterbe? Ja. Versuch's auch mal. Der Weg ist zum Glück überhaupt nicht weit. Ich geh' nach unten und mach' mir einen Enderman. Könnt ihr gucken, was ihr da oder was passiert? Kannst du gucken, was du da erinnert hast? Ja. Für dich hast du denn, was inzwischen ist. Grant I... Anywhere! Anywhere! Sie haben... In der Hand! I think my girl! Wo haben wir uns heute runtergekramt? Weißt du das noch? Hier, wo ich stehe! Ich bin mir nicht hier stehen geblieben. Nice! Ich wünsch dir wirklich Skyfield so auf dem Server. Damit ihr dann sieht, wie wir das Achievement kriegen. Ja. Das wär' so schön. Ich muss erstmal kurz gucken, Optionen. Abfolge. Kann ich das hier Option freischalten? Weil das wär' richtig dumm. Ja. Ja. Ich glaub' ich auch. Finde das Ende. Ist bei mir gerade. Ja. Und warte mal, wenn ich dann bei Erfolge weitergehe... Ja, und wenn wir das gefunden haben, geht's runter an das Ende. Oder in das Ei, wo das Ei abgebildet ist. Ja. Hä, bin ich behämmert oder so? Ja. Ähm. Ja, und so viel... Oh, da ist auch noch ganz schön Platz für Archivement. Ja. Tja, Paul. Deine Baukunst. Ja. Wir sind schnell unten. Benötigt Verzaubern. Erwende ein Buch... ...diamanten zu einem Zauberbuch. Ich bauere einen Diamantenabwiff. Diamanten zu einem anderen Spieler. So, Leute, ich komm' jetzt runter. Na. Paul, hier dein Schweinefleisch. Ja, weiter, ich mach grad was. Ich schmeiß schon mal mein Fleisch rein. Oder Bastis Fleisch. Kann ich Bastia denken? Höh! Halte das auf! Es darf nicht... ...das Dings da löschen. Das darf nicht gelöscht werden. Das, das, ähm... Die Lava unter dem Portal darf nicht erlöschen. Ne. Höh! 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 Komm's her, Paul, dann gib ich dir da. Wenn man auch immer hier der Hund gehört hat, ich hab' ihn geheilt. War meiner. Paul, da, dein Fleisch liegt da. Früher hat man noch Danke gesagt. Ich nehm' aber... Ich brauch' das Rindfleisch. Ich kann das nicht aufnehmen, Schweinefleisch. Dann, Basti, komm her! Basti, hier ist dein Eisen übrigens noch, Basti. Ja, ich hab' mir grad die Augen angeguckt. Sie haben mich paralysiert. Alter, ne, ich hab' heute so'n Pokémon geguckt, ne. Basti, hier oben liegt dein Fleisch. Ich will grad was erzählen. Oh, sorry. Und ich hab' gestern halt zum Pokémon geguckt, war. Da ist mir erst aufgefallen, was Team Rocket immer für geile Sprüche droppt, alter. Die reiben immer übelst geil. Ist mir jetzt erst aufgefallen. Wer hat mir den untergesetzt? Ich nicht, oder? Der muss da weg. Komm's jetzt mit? Ich kann auch in die Lava schubsen. So ist wohl nur ein fucking Block. Warum hab' ich eigentlich Eisen? Weil's meinst du. Das ist von Basti. Ach. So. Haben wir Redstone. Nope. Wieso. Na... ... m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m-m! Uns fehlt auch noch was. Was ist denn nur noch? Mir fehlen zwei Obsidianen. Ich suche mal Lava. Das dürfte ja nicht so schwer werden. Alter, warum ist die Truhe hier immer noch offen? Alter, wo ist das hier drin? Hier drin ist auch der Ofen. Und Redstone. Also hat der Jan doch den Ofen. Ah, hier ist Redstone. Ach, hab ich den da mit reingepackt. Sorry. Gut, Redstone, hätten wir schon mal. Gut, dann hab ich ja jetzt alles. Ich brauch noch etwas Lava. Miau, Mama, wir brauchen Lava. Ich komme zurück, ich baue eine kleine Mine oder so. Fuck. Oh Gott. Alter, du darfst hier keine Blöcke abbauen. Natürlich. Naja, aber es waren die Viecher. Welche Höhe bin ich? 13. Reins weiter runter. Dann bin ich auf Lava-Höhne. Und Lava. Hast du Lava? Ja. Ja, wunderbar. Ich nehme mir hier ein paar Blöcke mit, Mann. Das war noch in den guten alten Zeiten. Oh, jetzt weiß ich, warum ich hier keine Blöcke abbauen wollte. Oh, okay, Nigger. Oh, was ist drin, was ist drin? Jawohl. Oh, Alter, wir Schweinleute. Was denn? Na, rasend mal, was ich da drin habe, natürlich. Enderperlen, ender Augen. Nein, wir sind sechsiger Steck Eisen. Was? Ich pack grad meine Sachen, so rollen, die ich nicht mitnehmen will. Ich auch. Jetzt kann ich mal ein bisschen Stein abbauen, weil die Scheiß Silberfisch nicht werden und da reinpacken. Ja. Können wir ja später machen. Ich place da mal ein paar Ender-Augen. Es fehlen noch vier Stücke da. Jan, ich hab für dich was. Da. Oh, danke schön. Und ich hab noch was für dich. Da. Oh, du bist ja heute sehr gütig mit mir. Wir könnten die ganze Map-Bar oben mit TNT wegsprengen. Ich baue jetzt auf jeden Fall erst mal ein paar Steine ab. Fünf in die vier Seiten, glaub ich. Warum? Weil man die nicht craften kann. Oh, Silberfisch, Silberfisch. Ich baue ein paar Stütz. Oh, wo du dich Silberfisch erschlagen hast. Na, was ist das denn hier? Weil wir nicht hochgehen und Dicks töten gehen. Nein, noch mehr noch. Ja. Weißt du, wenn ich verschlagen bin? Paul, weiß, was ich mach. Ich baue jetzt Bücherregal ab und nehm die mit. Oh. Gefährlich hier, Paul. Gefährlich. Alter, wie soll ich denn hier rauskommen? Wir müssen da hoch. Deine Baukunst. Ich brauch die Steine zu 100% die ganze Wahrscheinlichkeit. Das ist Minecraft. Natürlich brauch man die. Ja, aber wir haben da raus, was cool ist zu bauen. Nein. Aber wir haben da raus, was cool ist zu bauen. Ne, weil er an den Dings gespawnt ist. Enderman. Enderdrache. Aus dem Block. Ja, das ist ein Enderdrache. Wir spawnen aus dem Block. Ich geh schon mal hoch. Ich geh wieder in die Küche und ich koch was. Denn wenn ich mit meinem Crystal Rave das Licht wie ein Prisma breche. Okay, also vier Perlen brauchen. Oder Augen. Je nachdem. Das heißt, es müssen mindestens zwei Enderman töten. Es werden wahrscheinlich so um die 50 sein. Bis die mal ne Perle drücken lassen. Ich bin ein bisschen Gran of Sky und sagen, wir haben so nur Jahre. Ja, ja, ja. Blick abbauen, ja. Das wollte ich nicht jetzt sagen. Ja, könnten wir ins Ende hätten genug Endermänner? Ja. Also wenn da einer von uns einen Enderman anguckt, ne? Oh Gott! Scheiße, wir werden sterben. Wir brauchen unbedingt, kann mal jemand bitte Kürbis anpflanzen? Du musst die anmachen, ich bin schon oben. Ich hab keine Dings mit. Und ich hab auch keine Kürbissamen. Ja, wer hat denn die Kürbissamen? Die sind irgendwo noch in der Mine. Die hat nicht mehr ins Inventar gepasst. Den krieg ich aber nachher, den Kürbis. Du kannst aus den Kürbis Kerne machen. Ja, wer hat den Kürbis? Du! Ich! Hä? Ich hab den Kürbis nicht. Ihr habt den noch abgebaut, denke ich. Nein! Ihr habt gesagt, das ist ja nur ein Kürbis. Da dachte ich, ihr baut den auch ab. Wir haben den nicht abgebaut. Da muss man in eine Mine gehen und die Kürbiskerne holen. Okay, der hat ihn abgebaut. Oh, Gott. Mega-Fail schon wieder. Der selbst ist ja auch mittendran vorbei gelaufen. Der war auch ganz weit weg. Ich dachte, du brauchst den auch. Ich dachte, ihr seid mir, nee, ich dachte, du nimmst den mit, Alter. Und wie dachte, dass du den mitnimmst? 8 sie sind in der Schwerda Prozent Prozent sind halt so professionell oder er ist sie eben voll ist die Einrichtung ich bin einfach mit Ich glaub's nicht. Brauchst du wirklich keine Bücher? Echt nicht? Nö, eigentlich. Doch. Nimm einfach immer alles mit. Nimm alles mit. Ich würde am liebsten das ganze Ding hier mitnehmen. Kann man das nicht irgendwie borden? Das geht bestimmt mit Mods. Gibt es sogar ohne Mods, aber damit cheat's. Ja, jetzt hat er sich ne Packung Chips geholt. Nee. Jetzt hört man gleich wieder. Ja. Schmatzt uns für die Aufnahme voll. Das Beste bei den Hausten. Das hat halt gar keinen Sinn ergeben, oder? Zu dunkel. Ich hab immer keinen Bock mehr Bücherregale abzubauen. Ja. So, also ich bin der Makler, also der Raum steht hier zu verkauf, wurde frisch renoviert. Oh ja, so sieht er auch aus. Ziemlich groß. Ja, die paar Spinnnetze, die kann man ganz schnell hier wegmachen. Kann man ganz schnell vermehren. Ziemlich groß und räumig der Raum, ne? Ja, also das ist der größte Raum, den wir hier haben, ne? Achso. Was mit dem, wo das Portal, wo fühlt sich das Portal? Also, das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir noch nicht. Ein paar Augen. Einfach mal probieren. Uns fehlen einfach Augen. Wir sind halt blind. Hallo. Oh, blind. Ich wusste gar nicht, dass sowas noch gibt. Wer ist das? Oh mein Gott, Mensch. Nein, wahrscheinlich ist es ein Bot, Alter.